Crossfire, 22 Counts for all my mates. 7, 8, Chassis, Side, Back, Rock, Chassis, Side, Back, Rock. Zweiter Teil, Shuffle, 4, Rock, Step, Shuffle, 5, Back, Rock. Dritter Teil, Schritt, Point, Schritt, Point, Chessbox über Kreuz, Viertel Rehung. Cross, Schritt hinter, Viertel Türen, Schritt Side, mit Cross. Und jetzt einen K-Step, in die Diagonale, Step, Touch, zurück, Touch, andere Diagonale, Step. Step, Touch, vor, Touch. Gezählt. 7, 8, 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Beim K-Step, bei diesem Tatsch-Schnitt, klatschen wir jedes Mal, und zwar beim Schritt, Tatsch-Schnitt. Klatsch, Schritt, Tatsch, Schritt, Klatsch, Schritt, Klatsch. In der achten Wand gibt es einen Restart nach der Chestbox. Und zwar, die Chestbox wird vom Viertel gedreht. Kreuz, hinter, Side, Cross. Und es geht weiter mit dem Beginn des Tanzes. Chassis, Side, Back, Rock. Chassis, Side, Back, Rock. Viel Spaß! Tschüss!